Oh Gott. Ja, ich muss hier vorbei. Entschuldigung. Tut mir sehr leid. Ja, Entschuldigung. 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 Ah, ist das nicht schön. Der Schnee. Und ich glaube um 4 Uhr morgens haben wir. 4 Uhr morgens. Äh, 4 Uhr 20 genau. Äh, ziemlich frühe Zeit. Und wir müssen hier schon patrouillieren. Wir kriegen Pursuit in Progress. Pass auf, nehm mal an hier. So. Vorsichtig, ich muss hier durch. So. Aber hier kommen wir gar nicht. Hier. Hier kommen wir rein. So. Wir holen natürlich Helikopter und, äh, local, äh, state patrol unit. So. Achtung, wir Hasen. Vorsichtig. So. Hier rein. Ach du Scheiße. Ich seh nix. Wo ist die Straße? Irgendwo hier. Ja, hier. Okay. Gut. Boah. Näh. Also manchmal spielen Parukla. Ich versteh gar nicht warum. Äh. Ja, ja. Vielleicht weil ich im Hintergrund... Ja, ja. Ich glaub weil ich im Hintergrund mein Schneiderprogramm offen gelassen hab. Äh. Egal. Das ist ja jetzt nicht so schlimm. So, warte. Wie fahren wir jetzt? Uah. Oh Gott. Boah. Ich muss mal nach außen gehen. So. Hier soll ich jetzt drüber. Okay. Passt. So. Da vorne ist die Straße wieder. Das ist echt nicht einfach in First Person zu fahren, weil du siehst die Straße halt kaum. So. Jetzt müssen wir hier runter. Oh. Hoch. Ja. Ungefähr so. 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 Jetzt können wir die Verfolgung weiter aufnehmen. Alter. Wieso fährt denn der da? Mann. Ich hab keine Lichter mehr. Toll. Oder war ein Reh? Egal. Ja. Die Weihnachtsepisode. Fröhliche Weihnachten. Und falls ihr das gerade an Weihnachten seht und die Uhrzeit, wo ich hochladen werde, macht euer Handy aus dem Fall. Geflüssigst weiter Weihnachten. Ja? Lol. Wieso schießen die? Egal. Weil... Videos von mir zu schauen an Weihnachten, das ist es einfach nicht wert, ne? Aber ich denke mal, das habt ihr schon alle, äh... rausgefunden, dass meine Videos... nicht wirklich das Gelbe vom Eis sind, was... äh... das betrifft. Deswegen bitte... Feiert einfach Weihnachten. Und seid mit eurer Familie zusammen und was weiß ich noch alles. Alter! Was macht er denn? Dich halte ich auch noch an, mein Freund. So. Fahr mal eben vorbei hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Haben sie ihn? Haben sie ihn? Ne. Da vorne. Okay, wir holen einen Taser raus. Scheiße. Oh Gott. Pfff. Ja, ich muss hier vorbei. Entschuldigung. Tut mir sehr... Pfff. Tut mir sehr leid. Äh... Ja. Entschuldigung. So. Jetzt komm, wir setzen einen Taser. Nein. Okay, warte. Wir drehen ihn einfach. So. Komm jetzt hier. Leute, wo machbar sein denn zu drehen? Komm, bleib stehen. Wir haben keine Chance. Nimm sie die Hände hoch. Kommen sie raus. Kommen sie raus. Kommen sie raus. Kommen sie raus. Okay. Den musst du mir töten. Bleiben sie stehen. Bleiben sie stehen. Okay, wir haben ihn. Wir haben ihn. Hallo. Was? Was war das denn? Nein, nicht ekel. Nicht ekeln. Nein. Hallo? Okay, wir brauchen einen... Ich denke mal... Oder Moment mal. Vielleicht lebt der ja noch. Ich befürchte, der lebt nicht mehr. Okay, wir brauchen einen Gerichtsmediziner. Für den Mann hier und für die andere Frau natürlich auch noch. So, und wir sperren hier ab. Bitte, bitte fahren. Achso, das ist Gerichtsmediziner. Okay, Moment. Das hat mir jemand in den Kommentaren geschrieben. Vielen Dank dafür, dass man mit Steuerung und Jot, äh, eine Polizeiabsperrung errichtet. Copy this back. So, und hier ist die... Ähm, du bist nicht die andere Frau. Du bist... Oh, vielleicht sollten wir vielleicht ein bisschen hier auf die Seite fahren. Gut, die andere Frau wurde schon abtransportiert. Das ist gut. Dann entfernen wir die Blockaden mal wieder. Fahren nach die Seite und reparieren natürlich unsere Karre. So. Und ich würde sagen, wir fahren da vorne mal rein. Links, oder? Jetzt erstmal blinken wir links. So. Huch. So. Und jetzt blinken wir nochmal links, weil wir hier reinfahren müssen. Oder wollen zumindest. Und den müssen wir natürlich vorbeilassen hier. Müssen wir auch vorbeilassen. Und den da hinten lassen wir nicht mehr vorbei. Dann müssen wir bei der Polizei. So. Und ne, warte mal. Hier ist das ganz schlecht, hier links abzubiegen. Moment. Wo wollte ich links abbiegen? Da wollte ich eigentlich links abbiegen. Hier wollte ich reinbiegen. Moment. Entschuldigung. Dann müssen wir nochmal ein bisschen zurückfahren. Äh, wie wende ich jetzt hier am besten? Ja. Einfach mal so hier. Ein bisschen Parkranger. Das passt schon. So, jetzt fahren wir rechts hier. Äh, so. Wir reihen uns hier mal ein. Da vorne wollte ich eigentlich abbiegen. Ja, es ist Weihnachten. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu Weihnachten bekommen habt. Beziehungsweise, was ihr euch gewünscht hättet und es nicht bekommen habt. Äh, was ich bekommen weiß ich leider noch nicht. Wobei, ich ahne es, aber ich weiß es noch nicht. Deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Aber, was ihr bekommen habt, könnt ihr mir ja mal verraten. Wenn ihr wollt. Warum wird denn da jetzt eigentlich schon wieder verfolgt? Was wird denn da verfolgt? Lassen wir den vorbei hier. Huch, wieso habe ich eigentlich die Sirene an? So. Wen auch immer er da gerade verfolgt. Wir sind nicht im Dienst. Das heißt, die hängen uns auch nicht dran. So, was aber Fakt ist, wir müssen hier rechts. Da vorne. Huch, was ist mit dem hier los? Bitte fahren Sie weiter. Danke. Ich muss hier rechts. Okay, ich glaube, die Polizei folgt gerade hier irgendwas. Egal. Wir fahren rechts. Oh, Entschuldigung. Ich habe gerade ein Ding umgefahren. So ein Teil halt. So, jetzt fahren wir mal hier ein bisschen. Patrouille in den tiefen Wäldern von San Andreas. Das müsste hier der... Der Rayton Canyon ist das hier. Äh, Moment. Muss ich jetzt gerade aus, oder? Genau, ich muss jetzt hier gerade aus. Weil ich möchte nämlich eine ganz bestimmte Route nehmen. Genau, jetzt muss ich hier auch noch gerade aus. Oh Gott. Oh, lauter Tiere. Der Momon geht ja, dass hier in der Nähe der Bigfoot, äh, patrouilliert. Deswegen müssen wir natürlich auch wieder auf Streife fahren, damit, falls der Bigfoot hier patrouilliert, keine Sachen passieren. Äh, deswegen gehen Sie bitte aus dem Weg. Danke. Boah, das ist geil. Also die Umgebung gefällt mir. Da oben ist ganz schlecht. Das können wir leider nicht annehmen. Mama, nein, hier. Oh, fuck. Hier, lass es einfach. Vielleicht haben wir hier nochmal am... Hier irgendwie am Fluss was. Horscheid Situation, nehmen wir an. Oh, was ist denn da vorne los? Hey, lassen Sie die Frau in Ruhe. Komm, jetzt hier. Lassen Sie den Mann in Ruhe. Genau. Was? No further units required. Ich hab Angst vor dem Wolf da hinten. Wobei, der macht, glaube ich, nix. Ne, ich rufe schnell in Corona, dann verpissen wir uns hier wieder, weil ich hab keinen Bock von einem Tiger zerfleischt zu werden, ja? Ach, guck mal, da ist er ja schon. So, komm, geht noch ein bisschen schneller, dann gehen wir wieder zurück zur Karre. Bevor wir noch irgendwas zerfleischt werden, das muss jetzt auch nicht sein. Dann sehen wir nämlich den Nächsten, die solche komischen... Ja, ihr parkt mal wieder super, weißt du? Äh. No, geht hier bitte aus dem Weg, ohne die Gerichtsmediziner anzufallen. Oh, Mann. Wo ist eigentlich das Opfer in gerannt? Ich wollte eigentlich noch ein paar Personalien aufnehmen, aber okay, dann halt nicht. So, jetzt komm. Wo bist du euch? Immer die Gerichtsmediziner hier, ey, die sind echt schlimm. Jetzt fliegt er auch nach links, Alter. Komm. Und den überholen wir jetzt ganz sanft. Ja, fast so sanft wie sonst was, keine Ahnung. Oh, Gott. So. Jetzt bin ich, glaub ich, nach rechts irgendwie. Man sieht den Weg teilweise echt schlecht. Zumindest in der First Person im Auto. Oh, Gott. Boah, ich muss immer in die Second, äh, in die Third Person. Nein, das geht gar nicht. So, jetzt geh ich auch mal ein bisschen schnell hoch. Hallo? Ist, ist das hier angemeldet, das Rennen? Sie tun jetzt erstmal gar nichts, ja? Sie sind der Anführer hier. Ne, ich glaub, hier hinten ist der Anführer. Das hier müsste der Anführer sein. Was? Okay, let's get the show on the road. Hände nach oben. Hände nach oben. Hände nach oben. Oh, Gott. Alter. Ey, ey, bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Okay, der bleibt nicht stehen. Scheiß drauf. Wir kümmern sich erstmal um den Anführer hier. So. Auf den Boden. Auf den Boden. Muss ich ihn mit dem Taser oder... Ne, komm, hier auf den Boden jetzt. So. Immer diese Rennveranstalter hier, ne? Bin mir sicher, die Fahrzeuge sind nicht hüftgeprüft. Wir rufen gleich mal einen Transporter. Man muss noch leider ein paar Leute erschießen. Was ist denn da hinten? Ach, der Transporter. Ne, wir brauchen einmal für ihn einen Leichenwagen. Und einmal für ihn einen Leichenwagen. Komm, lass mich das Menü ziehen. So. Was? Illegal hunting. Wir müssen mal ganz kurz hier nochmal ein Corona holen. Aber dann Animal hunting. Das ist ja unerhört, was die Leute sich hier erlauben. Die Frage ist nur, wie ist Animal hunting? Ach, hier. Da? Kommen wir da irgendwie hin? Ja, scheinbar schon. So. Und dann kümmern wir uns an die Kollegen. Müssen wir jetzt mal zu Animal hunting. Das geht ja gar nicht klar hier. So, erfahren wir so. Mit Code 2. Code 2 kennst du. Ne, wer kennt's nicht? So. Und gucken mal, was der hier meint mit Animal hunting. Weil. Als Tierfreund ist Animal hunting. Zumindest illegal Animal hunting. Ein. Nicht zu duldendes. Äh. Straftat. Oder so. So. Da oben ist es. Mal gucken, was der Typ das. Der Typ gleich sagt. Oh Gott. Ich sag gleich gar nicht, wenn ich so weiter fahre. So. Hallo. Hast du eine hunting license? Do you have any height? Ja, ja, ja. I have it here. Achso, ich muss jetzt hier. Ist expired. Ja, ist invalid, du Arsch. Are you sure? Ja, ich bin mir sehr sicher. Wir müssen sie leider mitnehmen jetzt. Nehmen sie die Ende nach oben. Lassen sie die Waffe fallen. Die Waffe weg. Die Waffe weg. Danke. Guck mal, ihr Lightman-Freund. Ja, ich bin mir sicher, dass sie das nicht wussten. Aber ihre Lizenz ist leider abgelaufen. Ähm. Passt. Merk' ich mal. Boah. Alter, ich bin gerade erschrocken. So, und für den, für den Brawler hier. Hallo. Ey. Was macht denn der Typ da? Wir, äh, machen mal eben hier Toad Truck. Sonst wollen wir es noch eine halbe Stunde. Toad Truck. So, und gehen wir mal zurück zur Karre. So, das muss man hier irgendwie drehen. Wie kriegt man das jetzt hin? Äh, ach du Scheiße. Ich möchte eigentlich nicht im Weg stehen. Ich muss mal ganz nützlich auf die Seite fahren. Waren sie vorbei. Oh Gott. Hm. Kommen sie hier vorbei. Public Disturbance. Kommen sie vorbei hier. Ja, ich hoffe schon. Okay, passt. Dann komm ich jetzt auch hier mit mir vorbei. Ach du Scheiße. Ja, Kollateralschaden. Oh Gott. Ah, nein, 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 nein So, da ist der Abschlepper. Wir müssen nach rechts. Alter, was... Oh Gott, danke. Alter, komm. So, was geht hier ab? Hier ist wieder ein Rennen. Nee, komm, jetzt nicht. Animal Attack, nehmen wir an, da oben. Animal Attack, das heißt Code Free und wahrscheinlich. Ich habe es nicht hingehört. So. Code Free Animal Attack, da vorne. Gehen Sie aus dem Weg, gehen Sie aus dem Weg, bitte. Das ist ein Notfall, danke. Mal gucken, ob wir ihn retten können. Oh Gott. Das wird jetzt was. Okay, da wird jemand verfolgt. Ich brauche einen Taser. Komm, hier, äh. Was mache ich jetzt damit? Erschießen, oder? Mir leid. Aber ich muss ihn erschießen. Andere Möglichkeit habe ich jetzt nicht gesehen. Was macht denn der Typ da hinten? Was macht der? Wieso ist denn jetzt gestorben? Nochmal ein Animal Attack. Nee, komm. Was war mit dem Tier? Keine Ahnung, egal. Äh, wir fahren wieder zurück. Ich möchte nämlich heute noch ein bisschen in die Wüste gehen. Huch. So. Alter. Oh Gott. Oh Gott. Okay, passt. Passt, passt. Boah. Alter, was ist eine Fahrt hier, ey? Leck mich aber. Nein, 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 nein. Oh Gott, das ist... Okay. Passt, passt. Okay. Oh, da wollte ich glaube ich jagen gehen. Haben sie sich verletzt? Ey. Die Hände nach oben, die Hände nach oben. Ihr wird sich nicht bekriegt. Ja. Und bei Ihnen genauso. Hören Sie jetzt bitte auf. Die Hände nach oben. Die Hände nach oben. Ist doch nicht hier. Alter, leck mich am Arsch. Ich erschreck mich hier. Alter. Was macht der Typ? Heavy Vehicle fleeing. Alamo Sea. Nehmen wir noch schnell an. Ja. Gibt es doch nicht hier. Jetzt lasse ich euch hier liegen. Ohne Corona hier. Weißt du? Müsst ihr euch hier nicht be... Oh, da kommt uns ins Gegend. Das ist gut. Moment. Wir wohnen aber gleich mal hier ein bisschen durch die Unterstützung. Ah, ne. Da war der State Patrol. Und Lokal Patrol. So, ich mache eine Straßensperre. Bleiben Sie stehen. Bleiben Sie stehen. Okay, da ist... Da hat sich hingehängt. Komm, komm, komm. Scheiße. Aussteigen. 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 Die Hände nach oben. Die Hände nach oben. Die Hände nach oben. Gibt es doch nicht. So, komm. Nimm Sie die Hände nach oben. Ich glaube, da ist Querschnitts gelähmt. Jetzt komm. Die Hände nach oben. Machen Sie keinen Scheiß. Es ist Weihnachten, ja? Am Weihnachten sollte man sowas nicht machen. Hallo. Ist in Ordnung, Herr Polizeihelikopter da? Mensch, Maja, was passiert denn hier alles? So, jetzt hier, äh... Acht. Alter. So, das jetzt? Egal, man wird es nie rausfinden. Oh. Egal. Was ist da in die Luft geflogen? Ein Helikopter oder was? Ja, ein Helikopter. Naja, müssen Sie sich selber drum kümmern. Wir kümmern uns mal viel lieber hier um den Lastwagen, der hier gerade dämlicherweise rumsteht. So. Abschlepper kommt. Und ja, ich würde sagen, wir machen damit einen Schlussstrich in der Folge. Ich hoffe, ihr habt noch schöne Weihnachten, beziehungsweise ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Und wir sehen uns dann in der weiteren Folge von LSPDFR. Äh, wenn ich mal mehr in solchen freien, oder in so, in so Sachen, in so, äh, na, Umgebungen, wie ich jetzt gerade spielen soll, dann, äh, schreibt das einfach mal in die Kommentare, dann kann ich das mal machen. Oder Abschlepper kommt nicht. Naja, egal. Das heißt, ist ja sowieso Schichtende jetzt. Ähm, ja. Und ich würde sagen, ansonsten sehen wir uns in der weiteren Folge von LSPDFR. Bis dahin. Haut da rein. Macht's gut. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank.